Checken wir doch heute mal eine Horror-Trash-Komödie aus Neuseeland und dieser Film heißt Killersofa, nimm gerne Platz. Killersofa, nimm gerne Platz ist eine Horror-Trash-Komödie aus Neuseeland aus dem Jahre 2020 und hat eine FSK 16. Regie führt hier Bernardo Rao, darstellermäßig haben wir hier unter anderem Chad Brophy oder auch Stacy King und dieser Film hat eine Lauflänge von ca. 81 Minuten, doch um was geht es eigentlich im Killersofa? Francesca hat das Gefühl immer nur Verrückte anzuziehen. Als einer ihrer Stalker tot aufgefunden wird, sucht sie schließlich Trost in den Armen von Maxi. Maxis Großvater Jack befindet sich, bzw. findet derweil, einen lebendigen Sofa-Lehnstuhl, der von einem bösen und blutrünstigen Geist besessen ist. Gemeinsam mit einer Voodoo-Hexerin versucht er schließlich mit dem Jenseits Kontakt aufzunehmen. Allerdings ahnt er dabei nicht, dass der Sessel ein Eigenleben entwickelt und sich zu allem Überfluss auch schon in Francesca verliebt hat. Es dauert nicht lange, da wird das Möbelstück von Eifersucht zu ersten Gräulentaten getrieben. Das ist jetzt die verrückte Geschichte von dem Trash-Film Killersofa und ich bin gar nicht mal so der Fan von Trash-Filmen, muss ich ganz ehrlich sagen. Ich habe so den einen oder anderen Sharknado gesehen unter anderem und ich muss sagen, das spricht mich jetzt gar nicht mal so an. Aber Killersofa, ich habe den Titel gelesen, ich habe den Trailer zuvor angesehen und ich habe die Inhaltsangabe so kurz mal durchgeblickt und da muss ich sagen, ich musste den Film einfach ansehen, weil so etwas Dämliches und so etwas Trashiges habe ich schon lange nicht mehr gehört. Das letzte Mal, als ich so etwas gehört habe, war Rubber. Auch so ein Trash-Film, aber den habe ich noch nicht gesehen. Da geht es um einen Autoreifen, der andere Leute abmurkst. Aber vielleicht, wer weiß, mache ich mal eine Review zu Rubber. Aber kommen wir jetzt zurück mal zu Killersofa. Dieser Film hat im Großen und Ganzen eine ziemlich trashige Art und Weise, so wie es eigentlich sein soll, zwei oder drei witzige Szenen. Aber wenn man sich jetzt das Genre oder das Punktesgenre ansieht und das Gesamtpunktemäßig, dann liegen hier schon wirkliche Welten dazwischen. Aber das verrate ich euch zum Schluss. Gehen wir jetzt mal Step-by-Step Killersofa durch. Darstellermäßig kann man sagen, der Großteil ist austauschbar, spielt drüber. Manches finde ich gar nicht mal so schlecht, aber Trashig hoch 10, wenn ich das mal so sagen darf, und passt gut hinein in Killersofa. Storymäßig kann ich auch nur sagen, Trashig hoch 10. Wer kennt sonst noch irgendeine ähnliche Thematik? Klar, Rubber, das kommt vielleicht nur am ehesten hin, ein Gegenstand, der plötzlich dann lebendig wird und Leute ummurkst. So ist es auch bei Killersofa. Ein Sofa wird plötzlich lebendig, weil es von einem bösen Geist besessen ist und bringt einfach mal so nebenbei Leute um. Finde ich aber zum Großen und Ganzen etwas zu lang. Vielleicht findet das es positiv oder negativ, vor allem in diesem Genre. Aber ich muss ganz ehrlich sagen, für mich ist das eher negativ, denn es gibt genug Trashfilme, die auch kurzweilig, die knackig sind, die aber so drüber sind, dass sie schon fast grenzgenial sind in ihrem Genre. Aber da muss ich sagen, Killersofa ist zum größten Teil oder zu einem Großteil doch etwas zäh und leicht unspektakulär, wenn ich das mal so sagen darf. Und das liegt erstens mal daran, wenn man das Plakat sieht oder das Cover von Killersofa, dann dieses Bild wird es im Film nie so wirklich geben. Mehr dazu möchte ich gar nicht verraten. Ich möchte nicht spoilern. Die Musik war gewissen Szenen übertrieben. Es gibt so ein, zwei, drei Szenen, die völlig skurril sind und völlig dämlich sind und die dann so mit Musik untermalt sind, dass man denkt, Alter, trashig hochzählen ist irgendwie genial, kann für den einen oder anderen too much sein. Und vor allem, wer Trashfilme gar nicht so mag, der sollte lieber von Killersofa wirklich Abstand halten, weil da kann man eigentlich nur den Kopf schütteln und beziehungsweise sie auch eventuell mal langweilen. Effektmäßig, die sind soweit relativ okay. Finde ich jetzt nichts, wo ich sage, boah, das war jetzt extremst billig oder extremst unterirdisch. Finde ich in Ordnung. Und kameramäßig, und das finde ich auch sehr positiv an diesem Film, die ist zum Großteil gar nicht mal so daneben und gar nicht mal so trashig, sondern finde ich eigentlich ganz akzeptabel, was die Qualität und das Ganze betrifft. Leichtwertig, habe ich mir notiert, und ich glaube, da stimmen mir so ziemlich einige zu, wer es schon Killersofa mal gesehen hat. Und im Großen und Ganzen muss ich sagen, weitere Sachen, was jetzt außerhalb dieser Punkte betrifft, sind die Rückblenden. Wirken sehr trashig, wirken sehr billig. Wie gesagt, es gibt zwei oder drei Szenen, da habe ich wirklich mich totgelacht halb, weil das war wirklich sowas von oberdämlich. Und vor allem, wenn das Sofa lebendig wird, das sieht irgendwie nicht gruselig aus, sondern fast schon peinlich. Aber es passt in Richtung Trash hinein und irgendwie doch niedlich, wenn ich das mal so sagen darf. Aber eben nur, wenn das Sofa auftaucht. Und wie gesagt, dieses Bild von diesem Sofa, was man am Cover sieht, auf der DVD oder auf der Blu-ray, so wird das Sofa nie im Film erscheinen, weil das wäre zwar irgendwie FSK 16 passender, aber dennoch, ja, es kommt einfach nicht vor. Aber irgendwie schade, ich habe mich irgendwie schon darauf gefreut, wenn dieses Sofa so aussieht wie auf dem Cover, aber das war es leider nicht. Und so muss ich sagen, ist Killer Sofa für mich als Trash-Film gar nicht mal so schlecht. Da bekommt er sieben von zehn möglichen Punkten, aber insgesamt, oh mein Gott, wenn ich mir noch einen Trash-Film ansehen werde, dann habe ich schon mal zwei Gründe, warum ich sage, diese kommen in die Flop-Liste des Jahres 2020, denn da bekommt Killer Sofa im Gesamten zweieinhalb von zehn möglichen Punkten, weil der ist wirklich übelst dämlich und übelst trashig und ja, völlig Banane. Aber ich finde es schade, dass er nicht, dass er so zeitweise richtig so lahm daherkommt und mit Gequatsche und mit Dialoge, wo man sich denkt, alter, was ist denn da jetzt eigentlich los? Guys, es ist trashig, aber ich glaube, man könnte auch, oder es gibt genügend Trash-Filme, die vielleicht etwas lebendigerer sind als Killer Sofa. Und ja, das war es von mir. Kennt ihr diesen Film eigentlich? Dann schreibt es mir in die Kommentare rein. Ich wäre wirklich neugierig, weil ich glaube, ja, diese Kategorie Trash ist, beziehungsweise die generelle Kategorie Trash ist schon sehr speziell. Wenn ihr keine Reviews mehr verpassen wollt, dann klickt den Abonnier-Button inklusive der Glocke, da wird ihr gar nichts mehr verpassen. Und wenn euch das Video ein bisschen gefallen hat, dann lasst mir einen Daumen nach oben, wenn nicht, schaltet doch einfach weiter. Ja, in dem Sinne wünsche ich euch noch einen wunderschönen Tag und wir sehen uns ganz sicher bis zum nächsten Mal. Auf Wiedersehen.